So Leute, ich nehm wieder auf, es geht weiter bei Let's Play S4 League. Yay. Und zwar jetzt mit Make neu dazu, Nonsense WG, Aga, Andy und Midi. Einmal ready, bitte. Ab geht die Party und die Party geht ab. Infektion, Kapitel 3. Okay, okay, was soll ich tun? Du sollst kaputt machen, ja genau. Und zwar nicht uns, sondern das, was auf dich zugerannt kommt, was nicht wir sind. Okay. Uns können wir doch gar nicht. Aber was nicht wir sind. Du sollst einfach kaputt machen. Einfach kaputt. Das kann ich gut. Schlag einfach auf, alles drauf was läuft. Eben. Alles, einfach alles verkloppen. Okay, ja, warte. Ich mach dich kaputt. Ich weiß zwar nicht, warum ich auf einmal ein rotes Schwert hab, aber egal. Also ich wusste ich auch mal gerne. Ja, dieser Roboter musst du kaputt machen. Mäh. Wie die Absche schreiten. Was war dieser Roboter? Beschreib mir mal, was da ist. In dem Kapitel war ich noch nie. Ja, die Roboter wurden gehackt. Die Roboter haben die Welt übernommen. Guck mal, so was ist denn jetzt schon wieder. Ich mein... In Arcade-Mode sind Hacker unterwegs, so ein Mist. Sie wurden gehackt. Sie sind versorgt. Sie wurden gehackt. Ist das nicht ein bisschen ironisch in dem Spiel? Äh, ein bisschen. What the fuck? Ah. Ui, wie niedlich. Ich will ane einladen. Ja, ich klopf euch kaputt. Holz-Modus aktiviert. Och nö. Sei nicht wie Make. Super Holz-Zombie-Modus. Holz. 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 Aum. 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 Oh, ein anderes Plaff bis 20. Holz. 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 Spann, spann. Du Fisch. Du Fisch. Du Fisch. Du Fisch. Wenn das keiner will, dann nehme ich es dann. Untergrenzes Magazin. Just die, du Fisch. Schöne Frage bei den Nahkampfwaffen. Die... Ich sehe nichts, warum im Weg. Willst du das dann ersetzen für Magazin? Äh, keine Ahnung. Das wüsste ich mal ganz gerne. Ich schieße einfach, obwohl nichts auf der ersten Ziel. Boah, scheiß Mailbox, ey. Ey, ruft an, um zu sagen, dass jemand angerufen hat, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Wunderschön. Toll. Ich wohne das. Deswegen hatte ich so einen Scheiß nicht. Es sind irgendwie zu viele Büsche im Weg. Ist das normal? Ja, das ist normal. Ich kann mich nicht mehr freuen, Make. Make, sag deinen Verwandten mal, sie sollen ein bisschen weggehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh, 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 oh. OMG. Oh. So ein extreme Ananas, Heilo. So ein Schnellfeuerwaffe ist eine OMG. Eine OMG. Oh, wie damit selber. Oh, Midi ist tot. Eine OMG, eine olle Machine Gun. Deswegen. Sollen wir sie so nennen? Okay. Die OMG, die olle Machine Gun. Ja. Ich bin der einzige Heiler, von daher. Holz. Sack. Holz. Jeder braucht die Welt. Ah, Hilfe. 13, 13. Nehmen Krams auseinander. Dammit tot. Du hast ja noch Coins, oder? Ja, wieder beleben. Ja. Und da kommt die Heilung. Oh, gut. Ja, und der Schnellfeuerwaffe von hinten. Ah, ja, Shadow auch genau. Moment, wo Midi jetzt heilen? Ja, ich komme noch ein bisschen klar. Aber hoffen, sonnig können nix. Ähm, bisschen wie es. Ah, ich muss auch. Ah, es ist Bittenbed. Okay. Tschüss. Ja, es wird schon komplizierter ein bisschen, das Ganze. Ah, ich muss auch. Mene, 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 mene. Was ist das da? Äh, einsammeln und rausfinden. Ah, verteidigen. Midi. Ja, halmig. Mene, mene, mene. Ich bin da schon ein bisschen ironisch. Das ist mittlerweile schon das zweite Spiel, wo ich rumrenne und Fragezeichenstatuen einsammle. Oh, oh. Wenn gleich noch der Riddler rumheult, dass die Zeilen nicht zu schwer versteckt waren, dann würde ich mich wundern. Dann laufe ich, Amok. Ernsthaft, dann fühle ich mich verfolgt. Wie konntest du die finden? Die sind in einem anderen Spiel. Genau. Pass mal auf, du kannst auch kein Museum nur hundertprozentig durchspielen, wenn du es vorspielst und da die Fragezeichen einsammelst. Ja. Du schreist nicht, am Ende kommt noch irgendwo Killer Crook aus dem Gebüsch rausgehobst. Ich komme aus dem Gebüsch. Andy, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich muss gerade eh nachladen. So, jetzt. Jetzt, jetzt renn doch nicht so rum. Ich renne nicht rum, du standest hinter mir. Ist das nicht ein bisschen ironisch? Die Vogelscheulche will Hilfe von der Handtasche. Wenn man so wenig KP hatte, sollte man nicht so in einen Typen reinrennen. Ey, Fisch. Ey, du Fisch. Unbegrenztes Magazin. Aktiviere den, Philipp. Ich will irgendwie meine Bombe nicht werfen. Ich habe so Angst, euch umzubringen. Tut dann einfach. So, ey, wir merken es schon. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Dann kündige es doch an mit MMM-Bombe. Ja, mit MMM-Bombe. MMM-Bombe zu spät. Oh, Hallchen. Sack. Ich hätte gerade unbegrenztes Magazin und wollte nachladen. Sehr schlau von mir. Ja, doch. Oh, wow. Hahaha. Hallo, danke für die Heilung. Was ist das denn? Hallo? Super schnelles Gehen! Boah, ich habe nur noch 3 KP. Ich bin dort. Ich habe auch gar nichts mehr. Wiederbeleben, weil ich es kann. Weil ich es kann. Oh, man, nein. Einer Bruch. Hallo, hörst du, warum meine Leute von hinten aus rotten? Oh, da, Penner. Wo ist denn noch einer? Ja, wo sind die? Ich weiß nicht. Hier vielleicht an der Seite? Nee. Oh, Ende. Oh, wir haben es doch irgendwie geschafft. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Dafür habe ich meine Stormbed mitgenommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, was zum... Spidermans! Was? Spidermans! Oh, ich krieg das jetzt gar nicht hin. Hier würde ich gerne ein paar Bomben werfen, aber... Ja, die gehen ja immer... Die gehen ja immer auf einen zu. Das ist das Problem. Ah, gut. Zu ist halt Bomber. Ich darf den Ding ansuchen. Boah, Alter, ich hier mit meiner... Mit meiner Stormbed durch, ey. Das funktioniert. Okay. Aber ich krieg gerade den Haupt. Oh, oh, oh. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Bam! Ja, mega Lego. Wow, mega Lego. Shimmygamy-Job. Shimmygamy-Job. Genau, wegen diesem verfickten Spinnen wollte ich dieses Level nicht. Mache es! Äh. Spinnen ist süß. Was hast du denn gegen die armen Viecher? Ich hasse Spinnen! Ich weiß nicht, wie ich da nun gehen soll. Du bist mit den Augen, du bist hier zu Hause. Bäh. Ähm, Midi braucht es Midi. Wolltest du... Wer hat da gerade versucht, deine Spinne zu heilen? Ich bin der einzige Heiler, das Problem ist. Oh, Alter, wie viel der ausgebrochtet hat damit. Hau drauf. Mach schießen halt nicht hier, ey. Ich muss nachladen. Lake, das Schlimme ist ja, ich bin Spider-Man-Fan, ich würde auch versuchen sie zu heilen. Lebe, Spider-Man, lebe! Du darfst Venom nicht gewinnen lassen! Werde geheilt durch mein magisches Vitamin C! Markiere den Carnage-Modus! Mission clear! Und jetzt wird's auch für mich wieder blind. Yay! Wuhu! Supervierkonto! Wow! Heine Gescheiße! Ho peu! Meter sein!